Läuft! Hallo liebe SEO-Freunde da draußen. Ich sitz hier neben Lena von MetaPeople. Lena, für alle die die noch nicht kennen, vielleicht kannst du dich mal ganz kurz vorstellen. Ja, Lena, MetaPeople. Ich bin bei MetaPeople in Business Development für die Bereiche SEO, Social Media und Affiliate. Ich komme aus Düsseldorf und bin das zweite Mal auf der CampX. Zweites Mal auf der CampX, das ist natürlich cool, da gibt es nachher noch wichtige Fragen zu. Aber zuerst mal zu deinem Vortrag. Du hast einen sehr spannenden Vortrag gehabt und zwar über SEO und Facebook. Wie hieß nochmal der Titel deines Vortrags, der offizielle Titel? Der offizielle Titel war SEO I Like. SEO I Like? In Klammern Facebook SEO. We all like SEO mit dem großen Like-Button. Worum ging es in deinem Vortrag? Vielleicht kannst du mal kurz so ein Resümee geben, was du dort erzählt hast. Ja, ich hatte so vor einem halben Jahr das Thema aufgegriffen, wo die Diskussion entstand, was hat Social Media eigentlich mit SEO zu tun. Und entsprechend habe ich die Einflüsse von Social Media auf SEO gezeigt. Was bringt mich in den Index? Wo hilft mir Facebook? Und im zweiten habe ich dann über die internen Algorithmen innerhalb von Facebook. Also wann lande ich mit meinen Meldungen über meine Hauptmeldungen und wann werde ich überhaupt gesehen. Okay, das heißt, du hast mir auch erzählt, du hast heute Sonntag, gestern war eine dicke Party, heute früh, wie viel Uhr hast du den Vortrag gehabt? 10 Uhr. Um 10 Uhr. Und du hast gerade erzählt, da sind Leute auf dem Boden gesessen. Das bedeutet, also wie viele Leute geschätzt waren im Raum? Oh, schwierig zu schätzen. Ich würde 30, 40 schätzen, ja. Also ich war auch sehr überrascht, weil wie gesagt, Sonntag 10 Uhr und gestern dicke Party. Es haben zwar viele gestern angedroht, heute Morgen zu kommen, aber sie haben es wirklich auch alle getan. Und ja, was hat wohl gefallen. Ja, das ist ja klasse. Vielleicht nochmal kurz zum Fachlichen zurück. Vielleicht kannst du ein paar Tipps geben oder vielleicht ein paar wichtige Knackpunkte, worauf es ankommt bei Facebook und SEO. Okay. Grundsätzlich, der Christoph Kemper hat das in dem Vortrag nach mir auch nochmal schön bewiesen in seinem Tool. Seine Link-Research-Tools. Genau. Dass Twitter und Facebook einen Impact haben, dass man sieht in den Top-Rankings, da sind Links von Facebook und Twitter vorhanden. Also es hat definitiv einen Einfluss. Ich kann mir natürlich guten Mengen an Traffic ziehen. Also ich behaupte auch, gerade bei schwierigen Keywords kann ich sogar mit Facebook mehr Traffic ziehen, als wenn ich versuche SEO zu machen. Und ja, und das zweite ist eben auch ein Thema, das viele ja nicht wissen oder auch vergessen ist. Nicht die Anzahl der Fans bringt mich weiter. Sondern die Qualität. Sondern die Qualität, Interaktivität. Weil wenn ich keine Likes bekomme, keine Kommentare, keine Shares, dann werde ich nicht wahrgenommen. Wenn ich eine Million Fans habe, die sind tot, die sehen mich nicht. Ich kann da kommunizieren und posten, was ich will. Also ohne Likes nichts los. Ohne Likes nichts los. Genau. Super, okay. Ich denke, damit haben wir auf jeden Fall eine klare Ansage gemacht, worauf es ankommt. Du bist das zweite Mal auf der Campix. Ja. Für unseren SEO-Nauten und alle anderen da draußen. Was hat dir hier dieses Jahr 2011 am besten gefallen? Und was würdest du dem Marco mitgeben als kleinen Tipp oder als Anmerkung, was man vielleicht noch besser machen könnte? Okay. Also was ich sehr gut fand, war, dass die Vorträge dieses Jahr teilweise auch ein bisschen strategischer wurden. Also es ging nicht nur ganz tief in das SEO rein. Also das hat mich jetzt speziell interessiert viel aus Agentursicht. Wie sprechen wir mit dem Kunden? Wie kann man den Kunden überzeugen von SEO? Das fand ich gut. Und was könnte man verbessern? Ich bin zufrieden. Super, ich komme wieder. Super. Okay, würde ich sagen, we like it. Das war Lena von MetaPeople und damit viele Grüße aus Berlin an euch alle. Tschüss und Dankeschön für das Interview. Dankeschön. Dankeschön. Cool.